Im Finale mit der Startnummer 70, Maree Putzke mit der BW-Sportmann, 72, Shadi Nakdani mit Vitalis-Hagel, 72, Jenny Kurth mit der Studio Melian, 57, Isabella Jablonski mit Vitalis-Hagel, 81, Aileen Wiegeling-Athletic-Jermin-Dochburg, 86, Karolin Burr mit der Studio Lübbing. Viertel und drüben, ab rechts. Rücken an sich. Viertel und drüben, drüben, rechts. Viertel und drüben, reduziert zu. Viertel und drüben, contributed. Viertelumgehung nach rechts. Super! Plus Pausen. Jetzt schön aufbauen. Schön aufbauen. Seitnautig. Und bitte noch vorne. Schön aufbauen. Und ich bin alle der Kategorierten Viertelsfigur. Viertelumgehung. Und hier sind der Kategorierten der Viertelsfigur der Viertelsfigur.